moin leute was geht hier ist wieder geist heute in diesem video möchte ich euch fünf spots zeigen die ihr auf der neuen map mit jet usen können die sind wirklich sehr op meiner meinung nach leute und könnten euch vielleicht bei dem einen oder anderen gameplay etwas aushelfen ich zeige euch mal jetzt die spots falls euch das video gefällt leute lasst ein like da schreibt mir die kommentare falls sie mehr valorenz tab sehen wollt und ansonsten sag ich mal sehen uns beim nächsten video alles im auge behalten hier zieht genau hin sparsam leichter hätte ich es nicht machen können Was ist das? Was ist das?